So, jetzt auch noch ans YouTube, herzlich willkommen. Die meisten sollten eigentlich kennen, weil ich bin ab und zu da, ja. Wir gehen jetzt ein bisschen bierbraun. Ich bin ab und zu da, ja. Ich bin ab und zu da, ja. Mal gucken, ob noch ein Bierbrauer da ist. Ich bin ab und zu da. Ich bin ab und zu da, ja. 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 Schön ist Taya eigentlich, ne? Oh, ne? Um, ja, wie man jetzt abgebrochen hat... Kastor, Dream noch, Coldrush? wo haben wir denn hier gucken wir da mal rein kurz ne ist offline das kommt bestimmt mal rein hopfen mal rein Vielen Dank. Vielen Dank. 15 Jahre und der spielt Armer. Finde ich eigentlich nicht so okay von seinen Eltern schon, weil es verdammt nochmal ein Spiel für 18 und nicht für 15-Jährige. Aber ja, da sieht man wie die Eltern halt sind. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, dass man mit 15 weiß, dass man in den Super gehen soll, aber wenn man gesperrt ist und fragen, was los ist, außer hat wirklich Scheiß gemacht. Also Junge, jetzt. Das verarscht mich aber, oder? Schon mal T.S. Alter. Ist das doof für irgendetwas? Oder was? So. Jetzt muss ich kurz gucken, was das Scheiß einbringt. Ähm. Bier. Uuuhh. Wollt mir ja gar nichts, ne? Scheiße. Zement wäre dafür geil gewesen. Scheiße. Mama, cement wäre auch gut. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich sehe, was ich sehe. Es geht darum. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey Kastor, vielen Dank für deinen Host und herzlich willkommen an seine drei Zuschauer. Ja, wir spielen hier Armaten 3 auf dem RP-Server Just4FunGaming. Seid herzlich willkommen und ja, sonst beim Zuschauen viel Spaß, bin hier gerade ein bisschen am Hopfen sammeln für Bier zu machen. Boah, das ist mein Fahrzeug. Oh, was ist das denn neu? Ich blick langsam nicht mehr so durch bei der Karte. So... Oh... 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 Vielen Dank. Vielen Dank.